Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Vorschau auf unsere diesjährigen Kilo Open Source und Linux Tage, die zum 20. Mal stattfinden. Wir haben ein prall gefülltes Programm mit verschiedenen Dingen, die ich heute mal so ein bisschen vorstellen werde. Wir fangen an mit dem Linux Presentation Day am 15. September und das Ganze ist eine Hybridveranstaltung. Also wir haben vor Ort Vorträge und Workshops und es wird eben auch live gestreamt. Jedenfalls ist so unser Plan, falls uns Corona irgendwie noch zwingen sollte, das Ganze wieder nur online zu machen, ändert sich der Plan nochmal, aber so haben wir es erstmal geplant. Dann zu dem Donnerstag, zu dem Linux Presentation Day, der wendet sich an Einsteiger, also an alle, die quasi neu sind bei Linux oder einfach mal reinschnuppern möchten, was es da so für Möglichkeiten gibt. Da gibt es im Moment drei verschiedene Vorträge. Einmal Linux im Jahr 2022, also unser Jahr jetzt, was es alles so für Möglichkeiten gibt. Dann gibt es eine lockere Plauderstunde mit Fragen von Zuschauern und eben auch Besuchern vor Ort, wo es denn um Fragen rund um Linux geht, irgendwie Probleme, die ihr haben solltet und so weiter. Und dann haben wir auch noch ein bisschen was zum Raspberry Pi, die Grundlagen. Ja, das ist unser Linux Presentation Day mit drei Vorträgen. An den eigentlichen Linux Tagen, die am 16. und 17. September stattfinden, haben wir wiederum eine Hybridveranstaltung. Da ist allerdings ein bisschen mehr parallel. Wir haben einmal hier unsere physikalischen Räume. Da haben wir drei Stück. Der eine Raum ist nur für Workshops vor Ort gedacht. Die werden auch nicht live übertragen, sondern dafür müsst ihr wirklich dahin kommen, wenn ihr teilnehmen möchtet. Wird auch nicht aufgezeichnet oder so. Und ihr müsst euch dafür anmelden. Also alles, was hier jetzt blau ist, das sind die Workshops und das ist so ein kleines Männchen, das sitzt da rum. Da könnt ihr eben auch rumsitzen, wenn ihr einen Platz ergattert habt. Da geht ihr einfach hier drauf und meldet euch an. Falls ihr aus irgendeinem Grund diesen Termin nicht wahrnehmen können solltet, dann meldet euch bitte wieder ab, damit jemand anders diesen Platz kriegen kann. Wäre sonst irgendwie gemein. Dann haben wir verschiedene Vorträge, die in diesen zwei physikalischen Räumen stattfinden. Wir haben eine Keynote von Sven Thomsen. Das ist der CIO von Schleswig-Holstein für IT. Was es da auf dem Linux- und Open-Source-Bereich in Schleswig-Holstein so zu sehen gibt, das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Dann haben wir eine Runde, wo sich die Projekte, die einen Stand bei uns in Kiel haben, auch vorstellen können. Was es da so am Stand zu sehen gibt, warum es sich lohnt, diesen Stand zu besuchen. Da dürfen Sie sich kurz vorstellen. Jedes Projekt hat fünf Minuten. Dann haben wir auch eine Mittagspause. Ein bisschen mehr oder weniger, je nachdem, in welchem Raum man sich aufhält oder was man sich noch angucken möchte. Wir haben Essen vor Ort, also wir haben Sandwiches und ein paar andere kalte Sachen. Wir haben eine Tee- und Kaffee-Flatrate und auch Softgetränke. Ja, und danach geht es dann auch schon wieder weiter mit verschiedenen Vorträgen. Zwei laufen normalerweise parallel. Und dann haben wir im ganz rechten Raum, der ist eben bloß online, den hatten wir auch in den letzten beiden Jahren. Dort hatten wir eine reine Online-Veranstaltung. Da hatten wir drei Räume parallel und jetzt ist es nur noch ein Online-Raum für diejenigen Referenten, die nicht zu uns kommen. Oder wir haben auch Videos, die abgespielt werden, weil hier Michael Franken zum Beispiel kennt man vielleicht auch von YouTube aus dem Linux-Bereich. Der hat da gerade keine Zeit, aber er produziert für uns noch ein Video, was wir denn einfach zeigen werden. Ja, das wäre denn der Freitag. Der Samstag beginnt mit dem Software Freedom Frühstück. Da ist nämlich der Software Freedom Day. Da haben wir eine ganze Stunde Zeit. Gemeinsames Frühstücken, höchstwahrscheinlich draußen im Zelt, wenn das Wetter das zulässt natürlich. Ja, und Frühstück ist eben Frühstück. Ein bisschen was essen, ein bisschen dabei plaudern, was man halt so macht. Ja, wir haben auch wiederum Workshops. Das sind weiterhin die blauen hier. Da haben wir denn drei Stück. Da müsst ihr wirklich vor Ort sein. Dann haben wir wiederum Vorträge, die vor Ort stattfinden werden. So ein bisschen die inoffizielle Keynote am Samstag ist das von Thorsten Franz von der Ubuntu Community. Ist bestimmt sehr interessant, was er da zu erzählen hat. Und dann haben wir hier immer zwei Vorträge parallel, physikalisch vor Ort. Beziehungsweise einige von diesen Vorträgen werden auch in den Raum übertragen, weil der Referent nicht vor Ort ist. Und wiederum die rechte Seite, das sind die reinen Online-Vorträge. Ja, also kommt vorbei am Software Freedom Day an den beiden normalen Konferenztagen mit Vorträgen, Workshops, der Ausstellung, die wir haben. Dann haben wir vor zu grillen wiederum. Wir haben das gemeinsame Frühstück. Wir haben Verlosung da und noch ein bisschen mehr, was es alles noch gibt. Wenn man sowas das 20. Mal macht, da haben wir uns noch ein bisschen was ausgedacht. Aber das verraten wir noch nicht. Weitere Informationen findet ihr unter keylooks.de. Da könnt ihr euch anmelden für die Workshops. Ja, und ansonsten bis dann. Und tschüss.